Wir starten auch dieses Mal wieder mit einer kleinen Eilmeldung, wenn wir heute schon einmal mehr keinen Ausflug machen konnten. Witterungsbedingt, es hat wirklich den ganzen Tag geregnet, es ist in 7 Grad, morgen wird es nochmal genauso eklig. Wahrscheinlich können wir Samstag wieder los, ich hoffe es zumindest. Aber wenn wir schon nicht raus auf Tour gehen können, dann müssen wir uns zumindest eine Meldung anschauen, bei der ich mir einmal mehr das suffisante Grinsen nicht ganz so gut verknallen kann. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob man das unter Realsatire einordnen sollte oder ob es da schlichtweg einfach einmal mehr oder ob eben jene Protagonisten einmal mehr zeigen, was sie von der Propaganda, die sie selbst verbreiten, tatsächlich halten. Worum geht es? Ja, ursprünglich vermeldet hat es die Bild-Zeitung, allerdings hinter einer Paywall. Nun nachgezogen hat die Zeit. Ihr wisst, verlinken kann ich es euch leider aktuell nicht, aber ihr findet es auch relativ einfach selbst. Am 18 Uhr ist der RTG publiziert worden. Es geht nämlich einmal mehr um unsere Endzeit-Sekte. Ihr wisst ja, in Schottland trifft sich gerade die Endzeit-Sekte zum Jahresmeeting, das haben wir mitbekommen. Die gesamte Weltuntergangs-Entourage ist anwesend. Ja, außer Erdogan, der Schwänzt, und die Chinesen haben auch keinen Bock und Putin auch nicht. Aber all jene, die uns immer einreden wollen, die Welt geht unter, sind da. All jene, die es feiern, wenn Menschen beispielsweise in Absurdistan abgezockt werden, enteignet werden, weil wir müssen ja den Planeten retten. Und wie rettet man wohl die Welt? Richtig mit Steuern? Ja klar, die gehen direkt in die Taschen der Regierung, die dann wiederum mal Schittluder damit treiben kann. Ja, gibt absolut Sinn. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Man versucht uns ja seit Tagen am laufenden Band einzureden, wir müssen die Welt retten, weil Klima, Klima, Klima und how dare you? Klein Gretel schwadroniert von einer historischen Schuld, wegen der Absurdistan doch gefälligst die Geld-Tachlines aufzumachen hat. So, nun könnte man sagen, ja, vielleicht glauben sie den Kram ja wirklich. Aber jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Denn zwei der absoluten Frontfiguren bei der allgegenwärtigen Propaganda, die scheinen da private klein wenig eine andere Beziehung zum angeblichen Klimaschutz zu haben, als sie uns allen aufzwingen wollen. Starten wir mal mit unserer Frau von der Leyen. Ja, die mit der Handy-Affäre, die die Karriereleiter nach oben gefallen ist. Eigentlich hätte man da mal ein bisschen genauer ermitteln müssen, was da alles veruntreut wurde an Beratergehältern und sowas. Aber andere Geschichte, da ist ja praktischerweise das Handy verschwunden, hat man PIN vergessen, da waren aus Versehen alle Daten gelöscht, da haben wir drüber geredet. Trotzdem wird man zur EU-Kommissionspräsidentin. Ja, ein Schämen, wer Böses dabei denkt. Die Dame hat uns ja wirklich versuch- oder ins Gewissen schwurbeln wollen. Wie schlimm doch die Lage ist. Drölfzig nach zwölf. Wir müssen sofort was tun. Wir müssen sofort unsere Industrie plattmachen. Und ihr alle müsst euer Erspartes aufgeben, damit wir die Welt retten können. Ja, jetzt könnte man ja meinen, gut, dann fährt diese Frau doch sicher mal auf dem Lastenfahrrad. Und wenn das schon nicht, dann doch wenigstens mit dem E-Auto. Also wenigstens auf kurzen Dienstreisen. Weit gefehlt, denn sie ist dabei erwischt worden, musste zähneknöchend eingestehen, wie sie noch im Juni diesen Jahres, vor ungefähr einem Vierteljahr, gut vor einem knappen halben Jahr, Juna, herauf, wie sie ungefähr, nicht ungefähr, wie sie noch im Juni diesen Landes die wohl kürzeste Privatflugzeugstrecke der Welt zurückgelegt hat. Die Dame ist mit einem Privatflugzeug, sage und schreibe, 70 Kilometer geflogen. Nicht ganz, eher so 50, weil Flughäfen ja immer ein bisschen außerhalb sind. Könnte man jetzt überlegen, welche Strecke lohnt sich denn zu fliegen, wenn es gerade mal 50 Kilometer sind, dann nochmal ein Privatflieger, ja, wie in Bratislava. Ich meine, da führt eine direkte Autobahn durch. Es fahren Zugverbindungen in absolut regelmäßigen Abständen. Denn die Städte liegen 70 Kilometer auseinander, jetzt Autofahrstrecke, nicht Luftlinie, sind die am dichtesten beieinander liegenden Hauptstädte Europas, ich glaube sogar weltweit. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keine anderen Länder, deren Hauptstädte so nah beieinander liegen. Und täglich pendeln tausende Menschen von der einen Stadt in die andere. Dauert Pi mal Daumen eine Stunde mit dem Auto und auch Pi mal Daumen eine Stunde per Zug, je nachdem, was das für ein Zug ist. Wenn es die Bömmelbahn ist, ist ein bisschen länger. Wenn es eine Direktverbindung ist, geht es schneller. Ihr wisst, worauf ich hinaus will oder ihr merkt, worauf ich hinaus will. Die Städte sind sehr, sehr gut infrastrukturtechnisch angebunden. Da weiß ich nicht, wie kaputt man sein muss, auf die Idee zu kommen, von Wien nach Bratislava mit einem Flugzeug zu fliegen. Es hat einen Grund, dass es diese Flugverbindung nicht regulär im Personenverkehr gibt. Die wird nicht angeboten, weil es sich nicht lohnt. Ja, mit einem Privatschat ist das offensichtlich überhaupt kein Problem. Da kann man es richtig krachen lassen. Wir bezahlen es ja, sind ja EU-Steuergelder oder Steuergelder der Menschen, der EU-Mitgliedstaaten, die dafür verprasst werden. Und da kann man sich ja dann auch mal richtig gönnen, bevor man wieder vom Klima, Klima, Klima schwurbelt und alle zu Hause einsperren will, weil ja die Welt untergeht. Da kann man sich ja mal so richtig gönnen, einen knapp 20-minütigen Flug in Anspruch zu nehmen von Wien nach Bratislava. Mit einer fadenscheinigen Begründung, die wirklich absolut, naja, lächerlich ist. Denn man hat sich da folgendermaßen versucht herauszureden. Es wäre ja notwendig gewesen, das Flugzeug mitzunehmen von Wien nach Bratislava, weil sich sonst der Weiterflug nach Lettland verzögert hätte. Die Weiterreise nach Lettland. Also Verzeihung. Soweit ich weiß, muss ein Flugzeug, wenn es gelandet ist, erst nochmal getankt werden. Dann wird das Ding auch nochmal durchgecheckt und sowas. Da ist noch ein bisschen Arbeitsleistung vorhanden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das maximal eineinhalb Stunden Zeitverlust gewesen wäre, wenn die Dame mit dem Bus oder mit dem Zug schön klimaneutral von Bratislava wieder zurück nach Wien gefahren wäre, um von da aus weiter zu fliegen. Hätte man nämlich in der Zeit die Wartung übernehmen können. Ist ja jetzt nicht so, dass der Flughafen direkt in Bratislava Stadt ist. Das heißt, vom Flughafen muss auch nochmal in die Stadt fahren. Letztlich 20 Minuten Flugzeit. Alles, was da an Rattenschwanz dranhängt zum Flughafen fahren, wieder zurückfahren, ist man auch bei einer knappen Stunde Zeit. Sind wir mal großzügig 45 Minuten. So, bedeutet also, wenn man das jetzt aufsummiert, eineinhalb, maximal zwei Stunden wäre das ein Umweg gewesen. In der Zeit hätte sie beispielsweise arbeiten können, E-Mails beantworten können, fährt ja nicht selbst, lässt sich ja chauffieren, in der Regel nicht mit dem Elektroauto. Hätte also die Zeit durchaus konstruktiv nutzen können, irgendwelche Telefongespräche führen, was man ja als Person der absolut exorbitanten Wichtigkeit halt so macht. Kann mir keiner erzählen, dass die zwei Stunden nicht da gewesen wären, bevor man bei der Lettlandfliege ist Bullshit. Zumal man ja vielleicht auch ein bisschen das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen sollte, wenn man schon seiner eigenen Klimapropaganda nicht glaubt. Offensichtlich tut man es ja nicht, sonst wäre man eben nicht von Wien nach Pratislava geflogen. Das kann mir keiner erzählen, dass die Dame da Angst vor dem Weltuntergang hatte. Bullshit! Wenn man schon seiner eigenen Propaganda nicht glaubt, dann könnte man doch zumindest ein bisschen verantwortungsbewusst mit fremden Geldern umgehen. Mir ist mal gesagt worden, ich weiß nicht, ob die Information aktuell ist, dass wohl alleine so ein Startslot an einem Flughafen Pi mal Daumen 5000 Euro kostet. Kommt sich auf dem Flughafen an, das hat mir damals jemand aus Zürich gesagt, dass das wohl so wäre, dass alleine die paar Minuten, die man dann starten darf, wo dann die Landebahn freigehalten wird, dass das wohl schon im vierstelligen Bereich kostet. So, alleine die Genehmigung, dass man da überhaupt mit seinem Flugzeug abheben darf. So, das Ganze haben wir jetzt zweimal gemacht. Und die Landung wurde ja auch bezahlt. Und dann die Abfertigung des Flugzeugs und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht kostenlos. Heißt also, das hat man einmal in Wien bezahlt und dann nochmal in Pratislava. Minimum 10.000 Euro verpulvert. Also jetzt ohne, dass was noch draufkommt an Wartungskosten und so. Ja, wofür? Für nichts, weil die Dame offensichtlich nicht in der Lage ist, mal eine Stunde im Zug zu sitzen. Aber wer, ihr traut, ihr wagt es euch, mehr als einmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Haut der auf. Oh, mehr als einmal im Jahr. Oder mehr als einmal in zehn Jahren. Dann ist Weltuntergang. Oder ihr erdreistet es euch, einen Verbrenner zu fahren, statt einer Gretelgondel. Aber die von der Leine ist nicht die Einzige. Wobei das Level an Verhöhnung der Menschen, das könnte eigentlich schon noch höher sein. Das ist wirklich Endgegner, was die Dame macht für eine Strecke von 50 Kilometer. Fliegt immer auf ein Privatflugzeug. Ja, Dekadenz lässt grüßen. Es geht aber noch weiter. Und das ist jetzt sogar noch ein bisschen aktueller. Denn am Dienstag hatte Boris Johnson eine emotionale Rede gehalten. Es müssen doch Taten folgen. Man darf ja nicht nur darüber reden, dass man die Welt retten will. Man muss es doch endlich tun. Wir haben keine Zeit mehr. Hat er geschwurbelt in Glasgow beim Jahresendtreffen der Untergangssekte. Und was hat er im Anschluss gemacht? Na ja, dreimal dürfte er raten, rhetorische Frage. Er ist in ein Privatflugzeug gestiegen und von Glasgow nach London geflogen. Dort ist er dann essen gegangen. Und zwar in einem exklusiven Privatclub. So ein Männerverein. Ist jetzt nicht so, dass ich damit ein Problem habe. Nicht falsch verstehen. Es gibt ja auch Frauenclubs. Warum nicht auch exklusive Männerclubs? Ist ja völlig okay. Ist aber dorthin mit einem Privatflugzeug geflogen, um sich da dann mit dem ehemaligen Chefredakteur vom Daily Telegram zu treffen. Der wiederum ist ziemlich bekannt dafür, dass er bei dieser ganzen Weltuntergangspropaganda nicht unbedingt mitmacht. Ein Schelm, ein Schelm, wer Böses denkt. Merkt ihr den Widerspruch? Uns erzählen wollen von allen Medien in Absurdistan aufgegriffen, wie schlimm und wie aufopferungsvoll sie doch sind und wie dramatisch sie appellieren. Rumheulen vor versammelter Medienlandschaft, wie schlimm doch angeblich der Zustand der Welt ist. Anschließend in seinen Privatflieger steigen, ein paar hundert Kilometer nach London zum Mittagessen fliegen und sich da dann auch noch ausgerechnet mit jemandem treffen, der nun wirklich kein unbedingter Befürworter dieses ganzen Kregelirrsinns ist. Zeigt für mich einmal mehr, naja, da glaubt wohl jemand selber nicht ganz anders, was er schwurbelt. Ist jetzt schon Beispiel Nummer zwei. Aber es wird ja immer darauf verwiesen, die Länder, die warnen doch, die sind doch so tief betroffen, beispielsweise in der Südsee, beziehungsweise in Ozeanien, wo ja der Meeresspiegel massiv steigt, wird uns zumindest erzählt. Habe ich ja gestern in der Eilmeldung schon gesagt, es passt nicht so wirklich zusammen. Denn wenn da Inseln doch bedroht wären von der Überflutung, da würde ich vielleicht in Hochwasserschutz investieren oder in irgendwelche Maßnahmen, damit die Menschen da in Zukunft noch sicher leben können. Da wäre es aber das Letzte, was mir einfällt, da einen neuen Flughafen draufzustellen und vor allem das wirklich aller, aller Letzte, da in Luxusimmobilien zu investieren, im Millionenbereich. So, ich meine, wer von uns wäre so dämlich, auf eine versinkende Insel in eine Luxusvilla zu stellen, von der man aus dem Bett direkt an den Strand fallen kann? Keiner. Was will ich mit einer Luxusvilla, wenn die in fünf Jahren versunken ist? Komischerweise wird das gemacht. Der, der, die Industrie, oder wie nennt man das? Die Branche der Luxusimmobilien, in eben jenen angeblich ach so stark vom, ihr wisst schon was, betroffenen Regionen, die boomt, könnt ihr jeden fragen, der dort einheimisch ist oder entsprechend da, naja, geschäftlich tätiger ist. Kann euch jeder bestätigen. Außer natürlich eben jene Damen und Herren Politiker. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, habe ich auch gestern schon gesagt, woran liegt es denn, dass die jetzt alles so laut rumopfern, wie schlimm alles ist? Naja, weil der Druck gefüllt ist ganz einfach. Die EU muss, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, natürlich ein bisschen Geld locker machen. Wenn die erzählen, alles ist ganz, ganz schlimm, dann müssen sie auch irgendwas machen, so Placebomäßig. Und was ist da das Einfachste? Natürlich unser Geld auszugeben. So, und die Nutzen dieser des Ganzen? Die werden ja wohl den Teufel tun, zu sagen, behaltet mal das Geld, das brauchen wir nicht. Natürlich stellen die sich hin und sagen, na hier, bei uns ist ganz schlimm, wir bräuchten da was. Und da ist es auch schlimm, unsere Kollegen brauchen auch was, ganz, ganz dringend, sonst versinkt unsere Insel. Ja, wie viel der Hilfsgelder zum Kampf gegen mhm, mhm, darf auch nicht mehr aussprechen. Wie viele der Hilfsgelder letztlich in die Entwicklung von Luxusimmobilien, Fünf-Sterne-Hotelanlagen und neue Flughäfen fließen, das ist natürlich nicht überliefert. Aber da sieht man einmal mehr, wie die Menschen verarscht werden. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verarscht werden. Jemand, der den Mist, den er erzählt, glaubt, der fliegt nicht 50 Kilometer mit dem Flugzeug. Die 50 Kilometer hätte es auch mit dem Elektrofahrrad fahren können. Gibt es ja durchaus mittlerweile auch Elektrofahrräder, die ja recht hohe Geschwindigkeiten erreichen. Dann haben sie ja noch versucht rumzureden in der von der Leyen-Geschichte. Ja, es wäre ja notwendig, dass sie auch die anderen Länder besucht, um zu zeigen, dass Europa vereint ist. Also erstens bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Mitgliedstaaten überhaupt keinen Bock auf die Frau haben. Und auf der anderen Seite, ja, mag ja sein, dass es zum Amt ein Stück weit dazu gehört, dass man auch durch die Europäische Union reist. Aber warum macht man das dann nicht so, wie man es allen anderen Leuten aufzwingen möchte, nämlich per Bahn? Wäre doch okay. Es gibt doch ein gutes Zugnetz in Europa. Kann man das nicht verwenden? Also selbst Kim Jong-Un fährt beim Zug, ja, mit seinem eigenen, schon klar. Aber selbst der reist klimaneutraler, als die von der Leyen das tut. Sollte uns ein bisschen zu denken geben. Allerdings war es, soweit ich weiß, in der Geschichte der Menschheit noch nie so, dass irgendeine Warnung, wenn sich eine Regierung hingestellt hat und versucht hat, die Menschen in Panik zu versetzen, dass irgendeine Warnung tatsächlich, naja, zugunsten der Menschen war. In der Regel ist es so, wenn irgendjemand versucht, irgendeine herrschende Klasse versucht, Angst zu erzeugen, hat es genau einen Grund, nämlich Kontrolle. Da geht es darum, die Menschen zu kontrollieren. Da geht es darum, den Menschen vor allem auch so viele Finanzmittel wie möglich abzuköpfen. Hat man im Mittelalter gemacht mit dem Fegefeuer und der Hölle. Auf der einen Seite wollte man die Menschen damit unter dem Kartoffel halten, damit sie schön springen, wenn man mit dem kleinen Finger winkt, wenn die Kirche entsprechend, ja, wenn der Pfarrer ruft, sind sie gerannt. Und wenn der Pfarrer dann eine gute Beziehung zum entsprechenden Herrscher zu der Zeit hatte, dann war das eine Win-Win-Situation. Auf der anderen Seite natürlich deshalb Ablasshandel. Man hat den Menschen also Angst eingeredet. Fegefeuer, Hölle, ihr müsst zahlen und ihr müsst machen, was wir sagen. Reine Kontrolle. So, zieht nicht mehr. Religionen sind relativ totgelaufen, bis auf, ja, in einigen Teilen der Welt funktioniert es noch. Wie gesagt, nur arabischer Raum, da geht es noch mit Angst machen und sowas. Aber in der westlichen Welt zieht es nicht mehr. Ja, Zombie hat man gut versucht. Hat auch eine gewisse Zeit funktioniert. Mittlerweile drückt die Zombie-Fassade. Und man hat ja vorher schon ganz geschickt das Narrativ vom Weltuntergang vorbereitet. Das heißt, den Weltuntergang kann man jetzt aus dem Hut zaubern, um den Menschen wiederum Angst einzureden, die Menschen zu kontrollieren. In ihren Handlungen dahin zu bewegen, wo man sie gerne hätte. Auf der einen Seite, um Geld rauszuziehen, neue Steuern und so weiter und so fort mit der Begründung Weltuntergang. Auf der anderen Seite, um die Verhaltensweisen der Menschen zu regulieren. Drücken wir das mal so aus. Damit die Menschen brav kuschen, brav das machen, was die Regierung erzählt. Da muss immer irgendwie ein bisschen Angst gemacht werden, weil Angst zieht nun mal in aller Regel am allerbesten, wenn man den Menschen Angst einredet, gleichzeitig Lösungen anbietet, Pseudolösungen anbietet, Ablasshandel, dann hat man so ein bisschen das Spiel guter Bulle, böser Bulle. Ich erzähle zwar, wie schlimm alles ist, aber ich gebe euch den Ausweg, ihr müsst mir nur Geld geben, dann ist alles wieder gut. Ein bisschen überspitzt gesagt, ihr versteht das, glaube ich, schon. So, heißt also, wenn eine Regierung eine Gefahr hochstilisiert, macht sie das nie zum Schutz der Bevölkerung. Macht sie immer aus eigenem Interesse, um letztlich Kapitalprofit rauszuschlagen. Ganz anders sieht es aus, wenn eine echte Krise vorhanden ist, wenn wirklich eine Gefahr besteht. Das haben wir nun auch schon an vielen, vielen Beispielen in der Menschheitsgeschichte gesehen. Wenn es wirklich eine handfeste Gefahr gibt, wird meistens heruntergespielt, weil man Panik vermeiden will. Man will nicht, dass die Menschen in Angst und Panik geraten und man sie dann in dem Fall nicht mehr kontrollieren kann, weil sie eben verängstigt sind. Das heißt, wenn wirklich was im Argen liegt, war es bisher fast immer so, gerade in der jüngeren Geschichte, dass man so lange es ging, heruntergespielt hat. So lange es ging, hat man versucht, das auszublenden, nicht drüber zu reden, nach dem Motto, ja, alles Friede vor der Eierkuchen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, und jetzt sehen wir den ganz massiven Unterschied. Jetzt sehen wir Medien, die Angst und Panik gefeuern, jetzt sehen wir ein Kind, was in die erste Reihe geschoben wird, die das wahrscheinlich wirklich glaubt. Das traut ich ja schon zu, aber die hat ja auch einige Problemchen da selber, also wenn sie, also eine wirklich psychische, psychische Geschichte im Hintergrund, nichts essen und so weiter und so fort. Die schiebt man vor als Frontfigur und dann erzählen uns die Politiker, da ist eine Krise, da müssen wir was machen und deswegen müsst ihr das machen, was wir euch sagen. Ja, geschickt. Wenn man aber dann im Hinterkopf behält, wie diese Leute sich selbst verhalten, 50 Kilometer von Wien nach Bratislava fliegen, von Glasgow noch nach London fliegen zum Essen, ich glaube, dann sind soweit alle Fragen geklärt. Aber nachher geht es dann ausführlich weiter.